UNTERTITELUNG Noch haben wir keine genaue Zahl, aber es sind die sterblichen Überreste von über 100 Menschen. Die Zeitpunkte der Morde verteilen sich über mindestens die letzten 50 Jahre. Wir wissen nicht, wer das getan haben könnte oder warum. Sie müssen nur ausschließen, dass der Fall was mit 97 zu tun hat. Man hat bei den bereits obduzierten Leichen und Kadavern auf dem Leichenberg festgestellt, dass sie alle ausgeblutet wurden. Was ist mit deiner Kollegin von damals, Magdalena Kring? Hab sie seitdem nie wieder gesehen? Die Person, die damals gefunden wurde, hieß Kai Kring. 17 Jahre alt. Verwandt mit Magdalena Kring? Ihr Bruder. Ich bin nicht freiwillig hier. Tu, was ich tun muss, dann bin ich wieder weg. Ich auch. Wer bist du? Was willst du von mir? Ich will dir helfen. Schließ dich meinem Haus an. Oder stirb in deinem. Es gibt eine Übereinstimmung mit dem Vermissen von 97. Dein Bruder ruht in Frieden. Wenn irgendjemand herausfindet, dass ich dir das gegeben habe, dann sind wir beide tot. Wer sind die? Die mit den zwei Gesichtern. Die kommen nachts. Der Mann mit dem schwarzen Hut und der große Jäger. Kai wurde nie beerdigt. Die Autopsie ist gefälscht, deswegen fehlt die auch. Ich denke nicht, dass wir es hier mit gewöhnlichen Serienmördern zu tun haben. Der Boden im Oterbruch ist mit Blut gedrängt. Die mit dem Bauen kannst du zu machen. Die mit dem Mischung vom Faktor. Wo ist die in der Welt? Vielen Dank.